hi schön dass ihr wieder eingeschaltet habt heute möchte ich euch die bad vorstellen es ist ein justierbarer gehörschutz und ist ein kickstarter projekt was jetzt gerade in der auslieferungsphase ist und ich finde die dinge super klasse wenn ihr viel im club seid viel auf konzerten oder halt in gegenden wo viel lärm ist werdet ihr diese kleinen ohrstöpsel sehr zu schätzen wissen was ich gut finde ist sie sind manuell also ihr habt hier der grundschutz ist 15 decibel und wenn ihr das ganze dann zuschiebt ganz einfach dann habt ihr 30 bis zu 30 decibel gehörschutz aber ihr könnt trotzdem gespräche und alles nach wie vor hören und musik ist auch nicht irgendwie ja ihr habt trotzdem die musikqualität die ihr gerne hättet es ist also nicht so als würdet ihr euch einfach so oropax oder sowas in die ohren stecken sondern die filter sind schon hochwertiger in diesen teilen schön finde ich auch sie sind magnetisch und sie haben diese diese leiche also diese diese leine damit ihr sie nicht verlieren könnt und ihr könnt sie halt dann vorne einfach so zusammen machen mit dabei ist noch hier dieses aufbewahrungs pack wo er dann alles einfach rein stecken könnt und in der box an sich ist noch mal alles schön erklärt hier wie viel decibel wie ihr sie stellen müsst ihr habt sechs verschiedene foam tipps also einmal silikon einmal foam also das was ihr angenehmer findet packt ihr halt einfach drauf und guckt dass dass ihr die passende für eure ohren habt und ja so habt ihr immer einen super gehörschutz dabei schont eure ohren und ja habt länger was von euren ohren sage ich mal denn das ist ja schleichend wenn man irgendwie in clubs oder so ist langsam irgendwann gehen einem die höhen flöten und 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 man macht sich die ohren kaputt ihr tut euch kein gefallen damit wenn ihr das immer auf voller lautstärke hört zieht euch gehörschutz an wenn ihr irgendwo seid wo es laut ist ich bin zum beispiel viel am flughafen auf dem vorfeld da ist sehr sehr viel lärm und bin sehr dankbar für diese schnell einsetzbaren ohrstöpsel die ich auch noch schön justieren kann habe sie jetzt die letzten tage ausprobiert im flieger und auf dem vorfeld und es ist echt eine feine sache man kann übrigens mit den dingern auch schlafen sie sind relativ flach im ohr mich hat es nicht gestört als er auf der seite gelegen habe also auch wenn ihr im flieger seid und ein bisschen mehr ruhe haben möchtet packt euch die dinge ins ohr und genießt ein wenig mehr privatsphäre und ruhe ja ich denke momentan kann man sie noch vorbestellen über die kickstarter seite und so gibt einfach mal die bad ein sie sind von der schwedischen firma ihr labs und ich finde sie sind wirklich gelungen bin froh dass ich bei dem projekt mich eingetragen hatte sie sind schön verarbeitet und halt wirklich einfach in der handhabung ihr braucht nichts zu laden und nix ist alles mechanisch und die filter sind fein eingesetzt und schaut sie euch mal an wenn ihr interesse daran habt eure ohren zu schonen vielen dank fürs reinschalten und bis zum nächsten mal